Ja, mein Name ist Nico Kappel, Parakugelstoßer bei den Kleinwüchsigen. Das heißt, es ist die Startklasse F41. Ja, eigentlich werden wir jetzt gerade in Tokio bei den Paralympischen spielen, aber ja, daraus wurde ja leider nichts. Aber kein Problem, wir haben ja jetzt die Paralympics. Gold bei den Paralympics, Weltmeister, Weltrekordhalter, Kugelstoßer Nico Kappel ist einer der ganz Großen der Paraleichtathletik. Satt ist das 1,41 Meter große Kraftpaket noch lange nicht. Der 25-jährige Schwabe will richtig einen raushauen. Ich hoffe, dass ich ganz gut performen kann, habe mich gut vorbereitet, war ja hier immer im Keller aktiv, habe hier Kugel gestoßen und ja, das werde ich auch jetzt tun und ich hoffe, dass da eine gute Weite dabei rauskommt. Kugelstoßer! Oh, my God. Oh, my God. Ja, vielen Dank, danke, ich bin echt mega zufrieden, klasse, das hat echt gut funktioniert. Ja, ich hatte nur ein bisschen das Problem, dass dann die Wand etwas zu nah dran war, ich hoffe dann nächstes Jahr bei den Paralympics haben wir ein bisschen mehr Platz und dann fliegt auch die Kugel, hoffentlich dann richtig weit und ja, hier bei Paralympics, geil alles gegeben, ja, bin sehr zufrieden mit meiner Leistung und wenn es so nächstes Jahr läuft, dann geht es richtig ab.